Hallo und herzlich willkommen bei Springseil Power bei Werde Fit mit Seilspringen. Heute bereits mit dem zehnten Sprung, dem sogenannten Backboard Jump. Backward heißt im Endeffekt rückwärts springen und das ist genauso wie der Bounce Step, den man halt vorwärts springt, nur dass man eben halt hier das Springseil rückwärts schlägt. Das Ganze sieht dann im Endeffekt so aus. Wir zeigen es mal von vorne und zwar. Du siehst also, das war jetzt mal von vorne gesehen, rückwärts gesprungen. Man muss natürlich mit der Zeit noch üben, dass man eben halt hier auch die Hände besser fixieren kann, aber das kannst du dann machen und das Ganze von hinten sieht dann im Endeffekt so aus. Wenn du da noch nicht so geübt drin bist, dann nimmst du halt ein etwas längeres Seil, so wie ich das jetzt gemacht habe, weil ich das auch nicht täglich mache und dann springst du wieder wegwärts. untertitelung.com